Die Filmanalyse Der Film ist eine einzige Aneinanderreihung von YouTube-Schnipseln, ohne Sinn und Verständnis. Die aber fast alle virale Hits im Internet werden könnten. Dass wir dann schlussendlich die Benutzeroberfläche von YouTube sehen, ist eigentlich nur konsequent. Vielleicht ist das auch die einzige Möglichkeit, das junge Publikum ins Kino zu bekommen. Nach der pädagogischen Idiotie, die sich jedes Bildungsministerium auf die Fahnen schreibt, man muss die Leute dort abholen, wo sie stehen. Qualität scheint sowieso ein altmodisches Kriterium zu sein. Gerade feiert man ja, dass der Film Kartoffelsalat von und mit Hirn verbrannten YouTubern zum schlechtesten Film der Welt gekürt wurde. Bis auf wenige Ausnahmen verkommt YouTube oder verkommen auch andere Internetplattformen eben zu einem Medium für Stümper, Idioten und für den Schund. Und dem passt sich Fakio Goethe Teil 2 nun an. Man hat in den letzten Jahren viel lieblose Fortsetzungen gesehen. Doch Fakio Goethe Teil 2 gehört sicherlich zu den lieblosesten, dümmsten und schlechtesten. Dabei ist die Ausgangslage gar nicht so schlecht. Daraus hätte ja etwas werden können. Das Ganze hat Potenzial. Doch man lässt die Figuren nur grölen, brüllen und schreien. Und dazu dröhnt zwei Stunden lang die Musik aus den Charts in einer uhrenbetäubenden Lautstärke. Und nur wenn es ein paar spärliche Dialoge gibt, dann wird diese Lautstärke etwas gedrosselt. Die Musik homogenisiert die einzelnen Sketche und sorgt dafür, dass alles gleichgerichtet auf das Happy End zuläuft. In dieser witzlosen Komödie geht es vor allem darum, alles, was sich nicht dieser Mainstream-Frolligkeit fügt, auszutilgen. Überhaupt hat niemand eine Chance, der auch nur ein wenig anders ist. Der übereifrige Lehrer vom Schiller-Gymnasium wird schon desavouiert, bevor er überhaupt auftritt. Man sieht ihn mit dem Porsche anrauschen und da wird gleich uns ins Bild gebracht, ein Aufkleber, der auf seinem Porsche klebt. Darauf steht, ich fahre grün. Dieser Mann hat verloren, ehe er ausgestiegen ist. Die noch halbwegs konservative Chemielehrerin sprengt man kurzerhand in die Luft und der Autist, den man aus Gründen der Inklusion mit auf Klassenfahrt nimmt, wird erst dann wirklich integriert, wenn er wieder normal ist. Inklusion war sowieso nie ein Problem in der deutschen Filmlandschaft. Minderbemittelte, das zeigt Fakir Goethe Teil 2 sehr gut, dürfen in Deutschland sehr erfolgreich Filme machen. Man schubst also den Autisten mal ins kalte Wasser und dann ist er geheilt. Interessant ist, dass er noch über eine gewisse intellektuelle Kapazität verfügt, doch der Anti-Intellektualismus der Filmemacher stellt ihn als idiotischen Nerd dar, der Tolkiens Elbensprache lernt. Der Herr der Ringe, das ist für diese Filmemacher, was für Generationen früher Goethe, Schiller und Shakespeare waren. Und selbst die pedantische Frau Schnabelstedt würde für noch ein bisschen Heterogenität in dieser wirklich sehr einseitigen, eindimensionalen Gruppe sorgen, doch sie darf gar nicht mit auf Klassenfahrt nach Thailand. Und das ist das Unheimliche an diesem Film. Es ist ein Regime der Gleichmacherei und jeder, der nicht zum Konsumproll wird, der wird exekutiert. Fakir Goethe Teil 2 lässt das Fremde nicht zu. Die Figuren und die Zuschauer machen keinerlei Fremdheitserfahrung, selbst nicht in Thailand. Und das ist das wahre Programm der Inklusion. Es heißt Tourismus. Herr Müller und die Schüler der Klasse 10b begeben sich auf Klassenfahrt nach Thailand. Doch in keinem Moment wird der Horizont erweitert. Diese Horizonterweiterung ist ja tendenziell bei einer Reise möglich. Doch Thailand wird uns gezeigt, wie wir es von den Klischees her kennen. Prostitution, Kriminalität, Meer und Strand. Selbst als sie thailändische Waisen treffen, die ihre Eltern beim Tsunami verloren haben, kommt es zu keiner wirklichen Begegnung, weil sie gar nicht als das andere überhaupt inszeniert werden. Und so wünschen sich die armen Jungs in Thailand auch nichts sehnlicher, als einmal wieder richtig bei McDonalds zu essen. Was ihnen dann auch erfüllt wird. Und fairerweise müsste man in diesen langen Szenen dann auch einfach oben einblenden, dass es sich hier um eine Dauerwerbesendung handelt. Es zeigt sich hier das ganze Prinzip des Films. Es ist das Prinzip des alles gleich machenden Tourismus. Die Tourismusindustrie sorgt dafür, dass das Fremde konsumierbar wird. Ja, dass das Fremde nicht mehr als Fremdes erscheint. Der McDonalds am thailändischen Strand ist die wahr gewordene Utopie in dem Sinne, das Utopos nicht Ort bedeutet. Es könnte überall und nirgendwo sein. Wir sollten deshalb diesen Film keineswegs nur als Milieuschilderung betrachten, sondern diese plumpen Konsumprolls bestimmen den Tourismus maßgeblich. Ob die Mallorca-Urlauber, die AIDA-Passagiere, die Insassen in luxuriösen Golfhotels, die Jakobsweg-Pilger, die Mount Everest-Besteiger, man schaue sich nur gerade den Trailer zum Mount Everest-Film an, die internationalen Shopping-Viktims, die Urlaubsfotoposter auf Facebook. Sie alle sind gleich. Sie alle sind so wie die Klasse 10b. Manche mögen vielleicht nicht so sehr grölen, doch sie sprechen dieselbe Sprache wie die 10b, nämlich die der Tourismusindustrie. Wir müssen uns bei einem solchen Erfolgsfilm natürlich fragen, wer kann sich da mit wem identifizieren? Der Film erreicht alle, doch direkt wird sich wohl kaum einer mit Chantal, Danger oder Herrn Müller identifizieren können. Aber sie alle identifizieren sich mit der Konsumideologie. Es passt daher sehr gut, dass der Film diese YouTube-Ästhetik aufgreift und bedient. Besteht doch YouTube zum größten Teil leider auch nur noch aus Idioten, die irgendwelche Produkte in die Kamera halten, die dann die Zuschauer kaufen sollen. Das Ganze wird dann auch noch als besonders authentisch beschrieben. Und in der Tat weiß man bei vielen YouTubern ja nicht, ob sie wirklich so blöd sind oder einfach nur clever. Und das kann man auch zum größten Teil für die Schauspieler sagen, wenn man sich deren Facebook-Seite ansieht. Da weiß man auch nicht, sind sie gerade die Figuren aus Fakio Goethe, wenn sie diese albernen Urlaubsfotos von überall her posten, oder sind sie doch ein wenig klüger. Dieser Film hatte ja eine einmalige Werbekampagne. Über ein ganzes Jahr hinweg sahen wir einzelne Videoschnipsel, die immer irgendwelche Szenen schon vorweg nahmen oder es wurden extra Szenen gedreht für diese Schnipselkultur. Und sie alle kündigten ein großes Ereignis an. Und schaut man sich jetzt dieses Ereignis, nämlich den Film an, dann wird man merken, dass dieses Ereignis ausbleibt. Es ist nur ein Zugeständnis an die Videoschnipsel-Unkultur. Die Pointe, dass ein Schüler Reklam für den Autor des Faust hält, ist in gewisser Weise hintersinnig. Der Verlag, also die Wirtschaftsunternehmen Apple, McDonalds und YouTube im Film, sind die heutigen Autoren. Sie formen den Film und der Regisseur ist nur ihr Angestellter. Für das Kino ist das eine Katastrophe, denn wir schauen nur noch, aber wir sehen nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020